Hallo meine Damen und Herren, Messero hier. Im heutigen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr den CrayZ Crazy Mod für Days installiert. Das Ganze ist ziemlich einfach und was ihr dafür tun müsst, ihr müsst zuerst auf die Seite gehen, wo ihr CrayZ herunterladen bekommt. Das ist auf CrayZ.de. CrayZ.de, da geht ihr drauf. Den Link findet ihr auch außerdem nochmal in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf der Seite seid, seht ihr hier auch schon alle 4 CrayZ-Server, die es gibt. Der letzte übrigens ist First Person Only. Also später wird der Mod First Person Only. Was ihr tun müsst, ihr müsst downloaden. Zuerst braucht ihr den aktuellen CrayZ-Patch. Der aktuelle CrayZ-Patch ist 341 MB groß. Dazu braucht ihr CBA und JSR, das sind Soundmods für CrayZ.de Nummer 287 MB. Und ihr braucht eine etwas ältere AMA 2 Operation Arrowhead Version. Die bekommt ihr auch hier. Ihr müsst also alle 3 Dinge erst einmal runterladen und installieren. So, wenn ihr das getan habt, dann habt ihr die Dateien auf eurem Desktop. Und ja, jetzt geht's los. Einige Leute wissen tatsächlich nicht, wie man die entpackt. Und das wollen wir mal ganz kurz zeigen. Ihr öffnet euren Windows Explorer, navigiert zu Programme, geht dann zum Ordner Steam. Wenn ihr bei Steam seid, geht ihr zu Steam Apps. Steam Apps und dann auf Command. Bei Command findet ihr den Ordner AMA 2 Operation Arrowhead. Hier sind jetzt schon Ordner drin, wie zum Beispiel DayZ, DayZ-PK, Origins, Pantera. Hier findet ihr eure ganzen Mods, die ihr dann eventuell auch mit DayZ-Commander installiert. Und ich habe jetzt auch CrayZ schon installiert. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir öffnen jetzt diesen Ordner. Klicken hier nochmal auf Zurück. So, und jetzt würde ich einfach, wenn ich das installieren möchte, diesen Ordner mit gedrückter Maustaste hier rüberziehen. Einfach da rein. Dann packt ihr alles automatisch. Das dauert einen kleinen Augenblick. Und schon könnt ihr... Das war der Sound-Mod. Der ist dann schon mal installiert. Dann müsst ihr natürlich noch das normale CrayZ. Ich habe das jetzt schon. Ich mache jetzt mal Nein, das möchte ich nicht. Das würde ich gleich nochmal hier mitmachen. Ziehen alles alles da rein. Nicht, dass sich jemand nachher hier vernachlässigt fühlt. So. Wundervoll. Optimal. Alles hat funktioniert. Das wäre jetzt installiert. Okay. Jetzt geht ihr in den Ordner rein. Arma 2 Operation Arrowhead. Und zieht einfach die CrayZ-Bud. Die zieht ihr einfach da rein. Die habe ich jetzt auch schon. So. Ich will gehen jetzt einfach mal davon aus, das hättet ihr jetzt alle zum ersten Mal gemacht. Jetzt machen wir Rechtsklick hier. Da könnt ihr nochmal sehen. Edit. Ja, ihr könnt das editieren. Die CrayZ-Bud. Hier könnt ihr auch sehen, was die CrayZ-Bud macht. Sie erstellt beim ersten Start eine neue Config-Inni. Und beim zweiten Start startet die CrayZ-Bud startet die CrayZ-Bud automatisch für euch. Beim ersten Start, den habe ich jetzt schon vollzogen. Ich kann aber die Config hier nochmal löschen. Ja, und mache nochmal den ersten Start. Ausführen. Zack. Passiert nichts. Jetzt habe ich wieder eine Config-Inni hier. Und jetzt starte ich das Ganze nochmal. Wenn ihr die jetzt nochmal startet, kommt ihr automatisch, wie ihr hier seht, in das CrayZ-Hauptmenü und beziehungsweise in das CrayZ-2-Hauptmenü. Ihr klickt hier jetzt einfach auf den Multiplayer-Modus. Klickt auf Filter. Gebt hier einfach mal CrayZ ein. Da mache ich das immer. Und ihr kommt automatisch zu den CrayZ-Servern. Hier seht ihr schon, die Server sind online, Leute sind drauf und ihr könnt hier spielen. Wichtig! Bevor ihr jetzt dort spielen geht, ist, ihr klickt auf Player Profile. Nehmt euer aktives Player Profil. Und macht hier unten die Squad-URL. Macht ihr raus. Sie darf da nicht drin sein. Dann ist alles wunderbar perfekt eingestellt. Gehört mit zu den Regeln von CrayZ. Und ja, jetzt könnt ihr auf einen der unzähligen CrayZ-Server connecten und dort spielen. Und ja, das war es auch schon. So schnell installiert ihr CrayZ für euch. Alles super einfach. Und ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Miss Hero.